Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Crema Catalana. Eine Crema Catalana, katalanische Creme, ist ein Pudding und eine traditionelle spanische Nachspeise, der mit einer festen Karamellschicht überzogen ist. Crema Catalana ist eine Spezialität der Region Katalonien. Sie ähnelt der französischen Creme Brulee. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Schneebesen, Topf beschichtet oder Wasserbad. Brenneisen oder Bunsenbrenner. Vier feuerfeste runde Dessertförmchen. Zubereitung Die Eigelb mit den 125 Gramm Zucker zusammen in einer Schüssel schaumig schlagen. Die Milch mit Zimtstange und Zitronenschale zum Kochen bringen, mit der Speisestärke abziehen. Die Milch nun langsam zu der Eiercreme geben. Entweder ins Wasserbad setzen oder in einen möglichst beschichteten Topf geben und bei schwacher Hitze unter ständigem Rühren erhitzen. Fortfahren bis die Creme zu stocken beginnt. Der Zeitpunkt ist im Wasserbad wesentlich leichter zu kontrollieren. Im Topf geschieht das innerhalb einiger Sekunden. Sofort vom Feuer nehmen. Zimtstange entfernen und die Creme in die Dessertförmchen füllen. Abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen. Kurz vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen und gleichmäßig gut mit Zucker bestreuen. Die Zuckerschicht entweder mit einem Brenneisen gibt es elektrisch oder zum im Feuer erhitzen oder mit einem Bunsenbrenner brennen bis der Zucker zu einer geschlossenen Schicht karamellisiert und sofort servieren. Diese Varianten gibt es. Katalanische Creme Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!